Einsturz ist die Glockenläuten, nicht nur von St. Georg, sondern von St. Jan, Sie hören sie schon, Severin, die Kathäuser Kirche, die Luther Kirche, alle sind daran beteiligt, ein ökumenisches Läuten zu dieser, genau zu diesem Zeitpunkt. Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit, meine Damen und Herren, ist die Veranstaltung beendet. Auf Wiedersehen in einem Jahr an diesem Ort zum selben Anlass und mit noch besseren Informationen. Ich wünsche allen einen guten Tag.